Hahahaha Wir haben den zu unserem Wohnwagen gesteckt. Wieder ein kleines Feuerwerk. Ich weiß gar nicht, wer das immer mitbringt. Als Abschluss zum Grillabend. Ich weiß gar nicht, wer das immer mitbringt. 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 Schau sie hier. Geh mal ein Stück weg. Schau sie ist der los und mitbringt. Schau sie ist der los und mitbringt. Schau sie ist der los und mitbringt. Wir saßen natürlich einstattig. Ich bin Hase. Ja, ich bin Hase. 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 So, nun geht's drinnen noch weiter. Wer noch kann, kann tanzen. Armbrot ist auch nochmal aufgedeckt. Ich bin Hase. Große technische Schwierigkeiten. Bandsalat. Der Lautsprecher ist runtergefallen. Aber irgendwie werden wir schon wieder hinkommen. Hör mal an. 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 Eben, ihr möchtet sie tun. Geri様 kamst nicht jedoch wichtig. Das hat wir auch gewonnen. here watching new. Hör mal an. Trying not many days often. Guck mal. Wie der Kran steht. O schei. Schau ist die Kau Coalition. Schau. Inge, das ist ein Doppelverkreuzer. Inge, das ist ein Doppelverkreuzer. Am Tag darauf, natürlich wieder unsere traditionelle Wanderung. Diesmal fahren wir mit dem Zug, bis zum ersten großen Berg hoch, bis zum Beinhof. Flotters Family! Wie sie auseinander trifft. Ja, ja. So, jetzt warten wir an Nikolaus auf dem Bahnhof, auf dem Zug. Die Gäste sind in der Nähe, die Gäste sind in der Nähe. Ah, da kommt er ja schon. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Von hier kann man zum Sturm auch überblicken, das war ja sonst unser Wanderziel. Heute gehen wir mal auf einen anderen Berg, fahren davon mit dem Zug, auch nicht schlecht. Neuer Grenzübergang ist dort gemacht. Wollen wir uns angucken? Natürlich wieder in der Kneipe, wie soll es anders sein? Der Durst ist groß, es ist auch schönes Sommerwetter, also trinken wir Pilsner Urquell. Unser Rentner. Das war. Das war.